Hört mir leid, höhere Gewalt. Leihen Sie mir Ihren Wagen? Setz dich sofort mit der Zentrale in Verbindung. Wir brauchen jetzt wirksamere Mittel. Und ihr verfolgt ihn! Wir biegt in die Via Cassia ein. Er fährt gleich bei euch vorbei. Musik 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 Ich bin Agent X, B19. Tut mir leid, es gab unterwegs ein paar kleine Schwierigkeiten, aber die Dokumente habe ich. Schade. Lieber Mr. Bries, gestern Abend habe ich versucht, Ihnen zu erklären, dass der Auftrag erledigt ist und dass es sinnlos ist, sich wegen dieser dummen Blätter noch die Beine auszureißen. Es steht nämlich auf keinem etwas drauf. Die echten Dokumente sind schon in meinem Besitz. Das freut mich. Und darf man fragen, wer sie Ihnen gebracht hat? Ich. Aha. Welche Codenummer? Im Augenblick nur eine Null. Meinen Sie nicht, dass sie zwei verdient? Ich stelle Ihnen meine Vertrauensagentin vor, der ich auch diese Dokumente anvertraue. Oh. Entschuldige, wenn es auch weh tut. Aber das, das ist nichts für dich. Und die Brille, mach dich hässlich, Liebling. Und das ist auch nichts für dich. Ach, hab ich's nicht gesagt. Die beiden kennen sich. Sie haben recht. Und damit's kein Missverständnis geben kann, ich bin immer nur für das. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020